Ich treibe mich herum und ich warte wieder, wie damals im Krieg, als wir wussten. Nun werden wir eingezogen. Erinnerst du dich? Ich fliege dort oben im Aeroplan und sehe auf mich hinunter. Da, der junge Mann in der Joachimsthaler Straße, im Gewimmel der Menge, im Lichtkreis der Laternen und Schaufenster, im Straßengewirr der fiebrig entzündeten Nacht. Der bin ich? Na, los, kommen Sie. Setzen Sie sich zu mir. Du müsstest endlich vorwärts kommen. Ich kann doch nichts. Ach, du kannst vieles. Das ist das Helm. Ich kann vieles und ich will nichts. Wozu soll ich vorwärts kommen? Du willst das Kapital kontrollieren und das Proletariat einbürgern? Ja. Ja, und dann willst du helfen, einen Staat aufzubauen, der dem Paradies verteufelt ähnlich ist. Ein Kulturstaat. Ein Kulturstaat sogar? Ja, und ich sage dir noch, in deinem Paradies werden sie sich die Fresse vollhauen. Vielleicht. Im Osten resultiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Westen das Elend, im Norden die Unzucht und in allen Himmelsrichtungen schwebt der Untergang an. Die Kündigung ist eine bedauerliche Folge der vom Aufsichtsrat beschlossenen Senkung des Reklame-Punches. Man kommt nur aus dem Dreck heraus, wenn man sich dreckig macht. Und wir wollen doch heraus. Ich schreibe wir. Verstehst du mich? Ich gehe jetzt von dir fort, um mit dir zusammen zu bleiben. Sollst du mich lieber halten? Wer hat behauptet, die Arbeit sei von mir abgelehnt worden? Ihr Assistent Weckerlin! Ich saß in einem großen Wartesaal. Und der hieß Europa. Acht Tage später fährt der Zug. Das wusste ich. Aber wohin er fuhr und was aus mir werden sollte, das wusste kein Mensch. Und jetzt sitzen wir wieder im Wartesaal. Und wieder heißt er Europa. Und wieder wissen wir nicht, was geschehen wird. Wir leben provisorisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017